Ja gut, ich hatte es ja schon mit dem Jens auch, da sind wir wirklich Dach an Dach gefühlt geflogen. Letztens hatten wir es auch so, da habe ich auch gedacht, so wie die uns rausgelassen haben, die wollen auch einen Zusammenstoß provozieren, das ist auch nur so 100 Meter auseinander. Einer gibt Falschgas und rast dem anderen rein. Ihr habt zwei blaue Marker, das müsste ihr sein. Schick mir mal noch einen Invite, Jens. Ja, war da kommt nicht in die Küche. Ach so, ein bisschen in die Küche. Ja, 40 Sekunden Cooldown, ey. Wir müssen auch wieder offline. Ich habe einen Invite gesendet. Ja, ich habe einen guten Namen auch akzeptiert. Aber ich habe schon das Aufladen eingefragt, deswegen. So. Ich habe schon mit dem, was das sage, ich habe das Gefühl gemacht. Aber ich bin da mit dem, was das Pech abiert. raudy das hat mein teller vielleicht ein wenig mehr reinschieben das fliegt herunter mich hat auch wieder irgendwo rausgeschossen nicht bei der station das ist halt ein richtiger klotz einfach nur und du fälsch quasi das ist das ja das ist wegen der mode es gibt mir so orange